Digger, meine scheiß Aufnahmen auf dem euer Pornhub, weißt du, es ist Standard, es ist ganz normal bei mir, ich nehm mir Pornhub Also hast du die Aufnahme gestartet? Ja, wir sind jetzt in euer Pornhub Ja, ok, toll Ja, jetzt drück K, Junge, drück K oder ich mach dich zu nem K Ja, Digger, wenn du mich zu nem K machst Ich hab eine Hand geändert Warte, könntest du dann dafür gekopyright strikt werden? Ich weiß es nicht Bist du überhaupt YouTuber? Ja Ja bist du? Du solltest dich was schämen Guck mal, ich mach mein Mausrad nach hinten, ich springe Ey ne, würde ich hier mit nem, würde die Playtime Cooperation echt sein, war jetzt weniger gruselig so Aber, dann würde ich, wenn ich mit nem Freund da arbeite und wir beide Grabpacks hätten, ich würde die Hände so zusammentun und dann immer so Seilchen springen mit dem Spielen, Alter Ja, ok Jetzt drück K Mach K oder ich mach dich zu einem K AAAAAA Ich bin wieder Monster, yeah Wie du einfach nie Monster bist Ja, zwölf Sekunden, ne? Sehen Ja, natürlich bin ich wieder die Mutti Ist mein Lieblingscharakter, ganz ehrlich Nach Boxy Boo, glaube ich Ich glaube, Boxy Boo und Mami Longlegs sind mein Lieblingscharakter Weil Mami Longlegs ist einfach Die hat einfach lange Arme und schöne Finger, sagen wir es so Und die kann Spinnweben schießen, die ist einfach Spider-Girl Vor allem, warum heißt es eigentlich immer Superman und Super-Girl und Spider-Man und Spider-Girl und Batman und Bad-Girl Aber, warum denn nie Bad-Woman oder Super-Woman oder so? Warum? Sag mal, wo bist du eigentlich? Mein kleiner Jeremy Pascal Der arme Jimmy Der arme Jeremy Pascal Gott, Jeremy Pascal Nein Kann es sein, dass du mich gesehen hast? Klettern? Nein? Ich seh dich da nicht rumklettern Ja, auf was für... Papa Irgendwas auf was für einem ... So, ich muss ganz kurz ein paar Dinger einstellen in Einstellungen, so was ist was ist mit einem bienenstock auf gar keine an und nicht auf sag mal bist du eigentlich ich weiß wo du bist bist du denn jetzt schon wieder hin kleiner wicht ein schelm der böses denkt ein spiel ich bin stark kann ich hier kriegen ja guck dir doch mal weiter die krank von mir die mit die italienische mutter dir ein eis hinterher hier fress mein arzt das sind spinnnetze damit kann ich dich verlangsamen ich bin die italienische spider-man ich bin die nudelmama hallo mein kind 3 minuten ey junge was dein problem alter jungen gegen die nudelmama hallo magiemutter du musst du sagen nudelmama das ist deine puffmama jetzt habe ich auch so den h gedrückt anstatt k wollen wir noch auf andere spiele warten oder instant ready gehen jungen äh geht's dir doch gut jonas hallo geht's ja du weißt auch ja klar ja das wollte nein bist du bist du so ein bitch ding das musst du zensieren das musst du zensieren du musst alles zensieren was ich sage geh auf du musst du auch ist deine pflicht die ganze aufnahme wird zensiert ich bin ja halt auch so schlau dass ich einfach alle weiß wie alle tasks gelöst werden das ding ist halt zu zweit ist auch gar nicht mal so geil hey hör auf die spinne zu sein das ist meine spinne du weißt glaube jetzt wo ich bin kann das sein kein正 tut B Отle war die gerade wie die etwas ci n was nicht Ach komm Alter, ich schüsse auf dich drauf! Wir brauchen mehr Spieler, definitiv! Ja, Digga, aber ich bin auch überfordert mit diesen TASK! Halt ne, du kriegst keine einzige TASK überhaupt hin, ich krieg eine hin und sterb trotzdem. Du überlebst einfach länger als ich, weil ich dir mehr Zeit gebe. Die sind so easy! Und wieso Tagiwagi in diesem Ladescreen aus? Wie, wie, keine Ahnung, wie... Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob wir denselben Ladescreen hatten. Das kriegst du so im, äh, Frank... Der größte Keck! Hör mich mal an! Ich will, ich will auf die, ich will auf die Gleise! Kinder, nicht auf die Gleise gehen! Das ist echt gefähr... Warte, hat der Zug auch... Aber komm mal her! Guck dir mal den Zug von hier aus an! Guck dir mir da mal von dir aus! Jauuu! Fällt dir da was auf? Digga, deine Hände glitschen... Der Zug hat Augen! Ich hab sein Auge angefasst! Keine Ahnung, Junge! Patsch ins Auge! Ey Digga, warum kannst du Schatten, Doppelgänger? Einfach Schatten... Oh komm, drück jetzt K, ich hab keinen Bock mehr zu warten! Ich bin Jimmy Small! Oh, ich hab... Ich touch den Mülleimer grad so fett an! Ey, nee! Hä? Meine Hand! Meine Hand ist weggepackt! Okay, sie existiert wieder! Sie existiert wieder! Sie existiert wieder! Sie war noch in der Lobby, die Hand! Die Hand war noch in der Lobby, die... Ich geh auf! Gehen sie raus! Laufen sie weg! dünn 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 d Ja, ich kann halt dann einfach auf dich kommen. Ach du Ruhrensohn! Lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe! Ey Junge, lass mich doch einmal gewinnen! Doch klar, er hatte schon die Animationen. Denkst du dir auch die ganze Zeit? Ich hab gehört, wie du in den Spind gegangen bist. Aber das Game so, ja nö! Ruhrensohn! Ja! Hä, vor allem mein Charakter wollte nicht in den Spind reingehen! Nein! 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 Ich guck weiter auf dich! Ich guck weiter auf dich und deine Hände! Ja ne, du verpiss dich jetzt! Ich guck weiter auf die Hände, die du von Killern hast! Gass mal auf, hör mich so richtig scheiße anzugucken! Ja, von... Hm? Hör mal auf, mich anzugucken, so richtig... ...pädomäßig! Oh, wir müssten auch mal den Zieg zucken! Dass du von Killern hast! Von Killern hast! Ey, wenn ich jetzt wieder Spielzeug werde, ne? Ey, dann wär das so geil! Ganz ehrlich, ich wär gern ein permanent Killer und wir spielen irgendwie Heidens Sieg oder so! Oh ja! Kennst du ein tolles Heidens Sieg-Spiel? Wie Art Chat? Welche? Nee, hab ich noch nicht! Aber ich krieg entweder zu Weihnachten eine VR-Brille oder ich kauf mir die halt selber! Die kostet 200€, ist aber auch ne gute! Tatsächlich! Ich weiß nicht, warum die 200€ kostet! Sie hat jetzt gesagt, sie würden eigentlich eine Million kosten, aber egal! Ja, und dann könnte ich Heidens Sieg spielen! Deswegen! Mach 1000 Abos bei mir voll! Aber ich will das lieber mit, irgendwie... Irgendwie will ich das lieber mit VR-Brille spielen! Das wird dann weggemogen! Ja! Dann gibts... Hast du ne VR-Brille? Hast du ne VR-Brille-Videos? Und, äh... Und, ähm... Und, ähm... Und, ähm... VR-Zocken! Äh... In... In... Für... Für VR- Natürlich mit Facecam! Real-Life-Spielen! Ohne Facecam! Ohne Facecam! Das hat doch gar nichts mit mir zu tun! Mach doch deinen eigenen YouTube-Kanal! Ja! Aber mit so Maske drauf! Und ich hab diesen Hut an! Den schicken Hut, den ich grad anhabe! Würde ich ja gern zeigen! Aber dann müsste ich mein Face zeigen! Wenn ihn die eine Million Abos voll macht! Zeige ich mein Face! Nein! Oh, ich bin... Ja! 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 Ich kann... Ich kann wieder die italienische Nudel-Mama sein! Nee, aber wir machen jetzt unterschiedliche Monster! Weißt du, wen ich jetzt nehme? Die Box! Nee! Boah! Wie der auch schon wieder guckt, ne? So richtig am Schielen ist der! Oh, Timmy! Warte, wollten wir nicht hier drauf irgendwie Heiden-Sea spielen, während du Task machst! Wenn wir gleich wieder... Wenn wir gleich wieder... Äh... Timmy! Wo bist du denn? Timmy, meine Güte! Wo bist du, Alter? Ja! Johannes! Ich weiß, was du bist! Ich hab's gesehen! Da steht dir... So... Soll ich... Äh... Mal... meinen Charakter beschreiben? Ich bin groß... Blau... Und echt haarig! Und ich schiele! Wo bist du denn, mein kleiner Timmy? Wo bist du denn, mein kleiner Timmy? Spätestens, wenn du eine Task verkackst, ne? Werde ich dich so fett auseinandernehmen! Bist du denn, hä? Oh, hi! Kleiner Mini... Marco! Naja, das Ding ist halt, sobald du ein Teil hast, musst du das auch zu dem Ding, äh... hinbringen, wo du's die poison musst! Ey, das kann man hier zumachen, da könntest du mich eigentlich hier... Du könntest mich hier oben einsperren, fast! Aber nur fast! Schade, der Spinn stinkt! Ah! Digga, du hast dich grad teleportiert, du! Bei... Bei was hast du eigentlich verkackt? Wie... Wie hast du eigentlich verkackt? Scheiße! Amstuck! Ne, doch nicht! Ja, ich... Ich seh ihn! Hab ich nicht! Ey, guck mal! Guck mal, wie süß! Warte! Guck mal, guck mal, guck... Okay, ich kill dich nicht, aber guck mal kurz her! Guck mal kurz her! Ey, warte! Warte! Guck dir mal an, wie süß der ist! Guck mal! Geh mal raus! Geh mal raus! Geh mal raus! Guck mal, was der macht! Sobald du rausgehst! Sobald er dich zieht! Warte! Sobald er dich zieht! Wie findest du denn? DINGER DIGER SOHN Ey DINGER Ey Sohn Ey DINGER Das ist mein Sohn Ah ja was wollte ich doch mal machen Genau das DINGER Ey DINGER Ey hier komm doch Ich so Komm mach deine Task Mach deine Task Ich will ja auch dass du auflevelst Warte Kennst du schon Den hier Die sind so süß Die sind so richtig süß Ey DINGER Ich will so einen Ich hab einen Du hast die Hand runter genommen Ey DINGER Denkst du Denkst du du kassierst ein Copyright Strike Dafür dass unser Spiel spielt Es geht sogar jetzt noch in was Nee safe nicht Mein Gott wie geil Warte wie viele Abos hast du eigentlich Oder wie viele schauen eigentlich deine Videos Ja Ja du musst das nächste machen Du musst alle Teile an diesem Pillar machen An diesem Pille man Ey DINGER Diese kleine Ey DINGER Könnt ihr auch für so süß und lustig zu sein Ey lass meinen Lass meinen Sohn in Ruhe Lass meinen Sohn in Ruhe Dieser kleine Pillar man Dieser kleine Stöpsel Ey der ist doch fast so groß wie du Guck mal der ist doch fast so groß wie Der ist so groß wie du 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 Guck mal wie der ist Wie du war Junge Ist dir Junge Ich hör der ist Pille man Nein Das ist mein Stöpsel in Ruhe Das ist mein kleiner Hagi Stöpsel Ey letzte Chance ne 1 2 Die unten diagonal die beiden Unten rechts Och DINGER Unten links Sorry Ich hab ne rings Lech Ja ok Die 6 hier siehst du die Äh die 5 meine ich Wo? Hast du's? Oh du genius Mashallah Oh mein Gott da fehlt nur eins Da fehlt nur eins Ich weiß das ist grad aber selber nicht ich glaube Eins links von den beiden untersten Glaube ich Oh Danach kill ich dich Ne Spaß Wie findest du mein klei Stöpsel Wie findest du eigentlich mein klei Stöpsel Ah Kleine Stöpsel Ah Ich hab das selten vergrastet Das ist Ich find das so geil Ich find das so geil Ne Ey wie.. Was hast du gegen meine kleinen Stöpsel? Ja komm, mach weiter Ich komm, Digga Weil es noch nicht lustig genug ist Wie die alle horny aufs Sinn Ey, diese kleinen Mini-Stöpsel Ja, Alarm! Ey, die gucken sich gleichzeitig an Während es rein... Meine Armen-Stöpsel Ey, das sind schon... Fünf Nein, das sind Stöpsel Digga Du gleich Alte 4 und beenden diese Drecksaufnahme Was ist das auch für ein Bullshit Wieso kriege ich dieses ganze Teil? Ich zocke auf einem Fernseher Ich sehe den ganzen Automaten nicht Wie kann das richtig sein? Nein Mach dir mal ein Foto davon! Ja, endlich! Mach ein Foto davon Nein, einfach nein Du magst ja meine kleinen Stöpsel Du magst ja meine kleinen Stöpsel Ey, guck mal hinter... Da dich, guck mal hinter dich Guck mal hinter dich Das sind eine ganze Horde Stöpsel, Alter Was hast du da in der... Ach, das ist ein Toy-Part Genau, den musst du jetzt zur Maschine bringen Und währenddessen Stöpsel Und währenddessen Stöpsel Stöpsel Ah ja, warte Vor der Maschine war auch mal ein Stöpsel War mal Ah, hier kann ich nicht rein Doch, kann ich Ey, aua Warte Digga, bitte Ich will nicht so aufnehmen Jetzt hast du hier immer einen, der dich begrüßt Hey Ey, I'm stuck Ey Ja, mach weiter, los Mach... Mach weiter Mach die Pillars weiter Du kannst die in der Aufnahme nie beenden Das sah aus wie ein Smiley Ja, Alter Und jetzt oben die drei Das sieht irgendwie aus wie so ein schräger Pümmel Das ist richtig Bye, bye, jubli Alter, ich hasse die Ey, Digga Ich liebe meine Stöpsel Ich liebe sie einfach Escape Du hast Mein Arm stimmt Escape 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 Bruder, Escape Du musst durch den Bus Durch den Zug escapen Soll ich dich essen, oder was? Ich weiß, was ist richtig Ich hatte halt Hunger, okay, lass mich Weißt du was? Ich veränd' diese Aufnahme Ey, jetzt hab ich nur 10 Punkte bekommen Nur 10 Te... Ich hab nicht mal XP bekommen Ich hab 20 meine Stöpsel gespawnt Ich will das machen Was? Ich veränd' diesen Part damit Sicher? Danke, bist du schon Wollen wir nicht noch ne Runde sch-